Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß. Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Micha und Stefan. Und ihr seht es schon im Hintergrund. Wow. Ist gerade doppelt und dreifach zu hören. Ich nehme den guten Micha zusammen, denn er ist wieder zurück. Schöne Grüße nach der letzten Review, kann man ja so schön sagen. Den guten Micha, herzlich willkommen. Hi, zurück. Schönen guten Tag. Ich bin zwar nicht zu sehen, aber zu hören hoffentlich. Ja, warte, 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 warte. Wir sind ja live. Wir sind ja live. Das ist mein Fehler. Wir brauchen die Grafik dazu, passenderweise. Und dann nehmen wir einfach hier dieses Bild raus. Von Alexander Essmann. Das ist noch auf der Bielefelder Alm. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Und dementsprechend treffen wir uns heute hier zu Review gegen Rot-Weiß Essen. Denn das ist ja das Spiel, das jetzt gerade vor ungefähr, ich sag mal, zweieinhalb Stunden ausgelaufen ist an diesem Sonntagabend hier auf YouTube. Treffen wir uns wieder. Und ich versuche zu überbrücken. Ihr merkt schon. Brücke, Brücke, Brücke. Und dementsprechend ist er gleich so vorzusehen. Hier warte. Welcome back. Nachdem er letzte Woche nicht da war. Und da haben wir ihn doch. Hi, Micha. Nicht nur zu hören, sondern auch in voller Pracht jetzt zu sehen. In dem schönen, damals noch schwarzen Rhein-Power, glaube ich. Nike, Trikot. So sieht es aus. Ja. Label. Wenn ich das so sehe hier bei YouTube, dann sieht er so ein bisschen aus wie Trauerflor. So war es gar nicht gedacht. Aber es passt. Es passt. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Erst einmal an dieser Stelle möchte ich eine Sache vorwegnehmen. Ich habe Verständnis dafür, dass wir die Helme einstecken müssen. Wer einsteckt, wer austeilt, muss auch einstecken können. Wir haben 2007 das Karma beschworen und haben es heute 17 Jahre später zurückbekommen. Da habe ich vollstes Verständnis für. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an die Essener. Die haben das heute mehr als verdient. Und alles andere werden wir dann jetzt mal in Ruhe aufarbeiten. Respekt an die Essener, die hier sind. Ich wäre nämlich jetzt in der Kneipe. Und Respekt an die Duisburger, die hier sind. Ich wäre nämlich jetzt in der Kneipe. Ja, sehr gut. Sehr gut von dir. Finde ich gut, dass du es sagst. Wir haben fast 500 Leute. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Aber ich sehe es zumindest. Bei mir steht noch 356 warten. Ja, okay. Das ist meine Schuld, dass wir ein bisschen zu spät sind. Taxi sollte jetzt gerade nicht so schnell Gas geben. 454 Leute, die bei mir offizielliert 468. Also es erhöht sich gerade. Ja, mega krass, Leute, dass ihr hier am Start seid. An diesem Sonntagabend. Zu dieser späten Stunde. Und ich kann mich dann nur anschließen. Das hört sich immer wie so eine Plattitüde an. Aber jeder Einzelne, der mich heute angesprochen hat, der im Stadion war, der generell in den letzten Wochen hier einen Kommentar und ein Like und ein Abo dagelassen hat. Ich werde heute hier ausnahmsweise mal keine Wärmung dafür machen. Fetten Respekt. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich ihn ziehen. Warte. Schnell wieder auf. Perfekt. Weil dann haben wir das zumindest von unserer Agenda einmal abgehakt. Denn ihr könnt euch vorstellen, wir machen das jetzt hier vier Jahre lang und in dieser Kombi, ich mich ja korrigiere mich, aber bis auf den Tag glaube ich dreieinhalb Jahre irgendwie sowas um den Dreh herum. Und es könnte nach vielen, vielen Niederlagen der schwärzeste oder der traurigste, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, härteste Tag sein, nachdem wir Niederlagen gegen Wuppertal, gegen Oberhausen, gegen Strahlen, gegen wer weiß wen auch immer, hier reviewt haben. Aber, das könnte heute nochmal eine andere Folge werden, in dem wir sagen, naja, liebe Leute, wir haben lange, lange darüber geredet, wir haben lange gepredigt und wir haben lange gesagt, das könnte irgendwann mal knallauf hart kommen. Ich glaube, wir sind uns einig, heute könnte es wirklich soweit sein. Wollen wir aber gleich mal darauf hinarbeiten. Erstmal, Micha, auch wenn es scheiße ist, wie gewohnt, der gute... Nein, wir machen das ganz sachlich hier. Genau, der gute Simon war ja hier am Start, denn wir produzieren im Moment, äh, Simon sag ich schon, der gute Nico, sorry, an dieser Stelle, Nico, gestern, ja, Abend, Preview, nochmal ein bisschen angeheizt. Wir machen es einfach wie gewohnt und wir lassen uns jetzt hier von der Stimmung nicht runterziehen. Nochmal, ist kein Disagree oder Agree in irgendwelche Richtungen. Der FC Bayern München in dieser Saison, Punkt, Punkt, Punkt. Wir sind gerade bei unserem... Ja, Mensch, ist doch trotzdem ein bisschen funny, ein bisschen lustig heute Abend. Der FC Bayern München in dieser Saison beweist, dass der Kopf wichtiger ist als die Füße. Kleiner Nachschlag noch, die spielen ja am Dienstag, glaube ich, in der Woche gegen Arsenal, London. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass heute die Nachricht kommt, Tuchel, ciao Kakao. Ich sag dir, was passiert. Genauso wie ich eigentlich gehofft habe, dass... Stefan übrigens knarzt, dein Ton scheinbar. Bei mir nicht, aber im Stream scheinbar. Ich möchte an dieser Stelle genauso wie ich eigentlich gehofft habe, dass der 6-1-Sieg von Waldhof Mannheim unsere Kabinenansprache für heute sein würde, weil du nach diesem 6-1 eigentlich nichts anderes brauchst, als endlich freigelassen zu werden auf die grüne Wiese in Essen. Genauso habe ich das, wie ich das gehofft habe, gehe ich davon aus, dass Bayern ein ganz anderes Gesicht zeigen wird gegen Arsenal, weil sie am Ende, wenn der Kopf komplett auf Sieg gepolt ist, das Spiel auch ziehen werden. Auch wenn Arsenal im Moment die Mannschaft der Premier League ist. Deswegen unterstreicht dann nochmal die Aussage von gerade, der Kopf ist wichtiger als die Füße. Die angenommene Geschichte von meiner Seite hier immer jeden Sonntag. Die aktuelle Folge im Wimpeltausch, Punkt, Punkt, Punkt. Behandelt die Europameisterschaften 1988, 1992 und 1996. Und jetzt habt ihr alle 14 Tage zwei Europameisterschaften, immer mittwochs, nächstes Mal die richtig, richtig erfolgreichen 2000 und 2004. Über die wir sprechen, es tut mir leid, wenn ich gerade nicht viel Elan hier, ich bin einfach durch, Stefan, sorry. Also hört es euch an, wenn ihr Bock habt, hört es euch an. Ansonsten, ganz ehrlich, ich kann gerade nicht, keine Ahnung, ich bin durch, bin leer. Um Gottes Willen. Weil du mir jetzt gerade sagst, ey, ich selber auch nicht. Also ich kann mich da schon mal bei dir anschließen, denn es ist keine leichte Stunde, es ist kein lechter Tag heute Abend, an diesem Ort und Stelle jetzt zu sagen, alter Schwede. Und ich glaube, da nehme ich jetzt kein Blatt von dem Mund, um zu sagen, das war es jetzt. 32 Spieltagen. Deswegen, alles gar kein Thema, wir werden das der Reihe nach aufarbeiten. Und die letzte Geschichte, die ich jetzt einfach mal stelle, ist mal ein bisschen was anderes, weil ich kann schon mal vorwegnehmen, Micha, ich habe jetzt gestern Abend kein Sportstudio geschaut. Trotzdem die Frage, ich interessiere mich neben dem Fußball für ... Punkt, Punkt, Punkt. Worauf willst du denn jetzt hinaus? Ja, vielleicht hast du ja noch ein anderes Hobby. Basketball, Eishockey, weil es ist ja schon hart genug, heute über den MSV im Fußball zu sprechen. Komm, mach den Leuten mal irgendwie, es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben. Ähm, ich mag Hunde. So nämlich. Ja. Kann man das so stehen lassen, oder? 520 Leute, die jetzt gerade den Daumen hoch machen, die sagen, ey, alter Schwede, ihr beiden, du und der Micha, ihr seid bescheuert, jeden Sonntag seit drei, vier Jahren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielen, vielen Dank. Ja, ich finde es gerade extrem schwer. Ich finde es gerade wirklich schwer, weil das ist jetzt, im Prinzip ist das eine Sendung, in der Stefan und ich kommen beide aus Essen gerade. Ich habe vor, keine Ahnung, anderthalb Stunden habe ich noch ein Trikot, liebe Grüße, special greetings to Santi. Da hat Santi mir noch ein Trikot am Bus noch gegeben und habe mich ein bisschen unterhalten und die Leute, die da in den Bus gestiegen sind, haben alle, und das kann ich hier mal sagen, auch wenn, auch wenn man das immer so als Fan vielleicht ein bisschen in Frage stellt, aber die Leute haben alle genau das ausgestrahlt, was, was jeder MSV-Fan hier gerade empfindet. Es ist im Moment anderthalb Stunden, anderthalb Stunden, nachdem ich aus Essen weg bin, ist es im Moment ein Gefühl, als müsste ich hier eine Saison-Resümee-Sendung irgendwie mit dir zusammen machen, Stefan, und das geht nicht, kann ich nicht, weil dazu muss ich viel geordneter sein. Ich bin einfach nicht geordnet im Kopf. Du hast gerade gesagt, wir haben das in den letzten dreieinhalb Jahren so oft besprochen und wenn ich jetzt mal ganz spontan in meinen Kopf schaue, dann haben wir zum ersten Mal darüber gesprochen, dass was falsch läuft beim MSV, wir beide als Hagen Schmidt, als ich eine Radtour, als ich auf dem Fahrrad spontan angehalten habe und wir die Entlassung von Hagen Schmidt zwei Spiele vor Ende reviewt haben, dann haben wir über Heskamp gesprochen, dann haben wir über Ziege gesprochen, dann haben wir über Schauensland mal gesprochen, wir haben über Dortchef gesprochen, wir haben über Lethieri gesprochen, wir haben über Engin gesprochen, wir haben über Baja gesprochen, und wir haben sehr, sehr häufig über Schommers gesprochen und gefühlt läuft heute in dieser Minute irgendwie alles zusammen. So, da laufen alle, alle diese Fäden laufen zusammen und es fühlt sich halt an, als wäre dieses Sterben auf Raten der letzten Jahre jetzt halt wirklich passiert und ich habe es heute getwittert, das mal vorwegzunehmen, wenn Bielefeld oder Mannheim aus sechs Spielen noch drei gewinnen, was in deren Form gerade nicht unrealistisch ist, dann gehen die mit 46 oder 47 Punkten aus der Saison und dazu müssten wir jetzt alle Spiele gewinnen. So, und wie wahrscheinlich das ist, ich sag's euch, ne? So, deswegen, sorry, wenn ich das so deutlich sage, ich bin immer derjenige, der den Optimismus und irgendwie noch Konstruktivität hier in den Podcast versucht zu bringen. Sorry, Leute, das war's, wir sind heute abgestiegen und das müssen wir und das muss ich jetzt erstmal verstehen auch. Wir sind heute in die vierte Liga abgestiegen mit dem MSV Duisburg. Der MSV Duisburg ist heute abgestiegen in die vierte fucking Liga und es war aus vielen Richtungen betrachtet nicht nötig. Überhaupt nicht. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, Heskamp, Ziegner, das hat's gebracht so, deswegen sind wir jetzt da unten, das ist komplizierter. Das ist komplett, viel, viel komplizierter als nur Heskamp und nur Ziegner. Es war vorher scheiße und es war jetzt am Ende unter einem neuen Trainer auch nicht gut. So, wir werden das gleich noch ein bisschen, ein bisschen sachlicher analysieren, aber ich möchte euch ganz kurz mal eben nahelegen, warum ich gerade anderthalb Stunden gefühlt nach dem Spiel, ich kann es einfach nicht in Worte fassen, wie ich mich gerade fühle. So, wir haben einen Podcast aufgenommen, da haben wir zu Hause gegen Freiburg gewonnen, erstes Spiel Ziegner und haben dadurch mit diesem Sieg gegen Freiburg als Vermey irgendwie gefühlt absichtlich gegen uns nicht gut gespielt hat, habe ich mit Tränen in den Augen auf der Tribüne gestanden, weil der MSV nicht abgestiegen ist. So, und es fällt mir gerade wirklich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, hier sachlich zu bleiben und nicht emotional zu werden. Deswegen versuchen wir das jetzt mal so sachlich, aber hier stirbt gerade echt ein Teil von mir, dadurch, dass wir runtergehen. Aufstellung. Schritt zurück. Kleiner Schritt zurück. Ach, Spieler des Tages. Okay, Fleckstein, Punkt, fertig. Ja, können wir einloggen, aber ich will das natürlich nicht unkommentiert lassen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, ja. Sehe ich minimal anders. Ich kann komplett nachvollziehen, dass du dich gerade in diesem Loch befindest, in dem ich mich auch befinde, also das sehe ich nicht anders. 100% agree. Ist immer noch holprig, gerade bei mir, merke ich gerade, anscheinend, in der Leitung, aber ich habe gerade, muss dann in der Streaming, im Streaming-Profon sein, bei Zoom kommst du gut an bei mir. Ja, ich kann, ja okay, dann ist es in der Streaming-Qualität. Trotzdem, ich traue mich gerade nicht, dieses Kabel rauszuziehen, weil ich Schiss habe, dass ich, wenn ich es wieder reinziehe, ich habe das öfter immer jetzt mal gehabt, wenn ich es wieder reinziehe, dass ich gar nicht mehr zu hören bin und dann müsste ich eigentlich theoretisch das Programm neu starten und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann dreh dich einfach ein bisschen runter vielleicht. Ja, ich, ich, warte mal, das kann ich machen über das Programm. Ich stelle mich mal leiser. Ratierte, schreibt ist auch okay. Ja, alles gut. Also. Also, komm, nehmen wir vier auf oder nicht? Nee, nee, ich will noch was dazu sagen. Zu meinem Tag gerade. Ich will noch was dazu sagen. Genau wie heute im Stadion fällt es mir selbst bei den Gegentreffern ein bisschen leichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz Bier, trotz Gegentreffer, trotz Stimmung, trotz auf der Seite, wo ich saß, etc. pp. Aufgrund dessen, dass, wie ich in den letzten Wochen oder wir insgesamt als Team, wie wir in den letzten Monaten schon mit dieser Situation umgegangen sind. Das bedeutet, dass man sich ja seit vier oder seit spätestens drei Jahren auf diese Situation vorbereiten kann. Es ist jetzt nicht so, dass es mich unerwartet trifft, wo ich jetzt sage, alter Schwede, der MSV steigt ab. What the fuck? Sondern, okay, spätestens nach den letzten zwei, drei, vier, fünf, 38.000 Wochen weiß ich, woran ich bin mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader, mit diesem Trainer, mit diesem Verein. Nein, das ist jetzt also nicht so, wo ich sage, boah, das ist jetzt aber krass. Wie, wir steigen ab? Nee, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, aber Stefan, ja. Punkt eins, ich verstehe dich. Lass mich das ganz kurz sagen. Das, was du gerade beschreibst, ist ein angehöriger. 607 Zuschauer übrigens gerade. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Wahnsinn, Wahnsinn. Alle Essener, alle Duisburger, schön, dass ihr da seid. Was du gerade beschreibst, ist der Verlust eines in dir nahestehenden Menschen nach langer Krankheit. Da weißt du, es wird passieren, aber am Ende ist es trotzdem schlimm. Es ist halt kein plötzlicher Unfall, sondern es ist eine lange Krankheit. Und bei uns geht es gerade runter nach einer langen Krankheit. und dass am Ende jeder immer noch Hoffnung hatte, weil er oder sie das Gefühl hatte, ohne Hoffnung ist es ja schon vorbei. Das führt dann dazu, logischerweise, und ich hatte diese Hoffnung, ich habe immer wieder bei jedem Spiel diese Hoffnung gehabt und irgendein hirnrissiger Teil von mir sagt jetzt auch, alles klar, sechs Spiele gewinnen und wir müssen noch drinnen. So, aber ganz ehrlich, wenn diese Hoffnung nicht da ist, dann brauche ich die Sendung nicht machen. So, und deswegen, deswegen tut es halt auch weh, auch wenn ich wusste, dass es passiert. Verstehe ich. Und das unterscheidet uns ja auch, dass du grundsätzlich Optimist bist und dass ich immer, auch wie in der letzten Woche, sehr, sehr kritisch und hart an diese Sache herangehe. Das macht es ja aus, sagen wir es mal so. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wir verstehen uns, dass man generell damit rechnen konnte, dass man auch vor diesem Spiel Rot-Weiß Essen gegen MSV Duisburg jetzt schon davon ausgehen konnte, dass wir jetzt nicht aufgrund der letzten Leistungen, gerade auch auswärts, bei dieser Bilanz, die wir insgesamt haben, dass man jetzt davon ausgeht, der MSV holt jetzt noch fünf aus sieben, sage ich jetzt mal. Jetzt sind es nur noch sechs. Genau, aber vor diesem Spiel fünf aus sieben. Hätte wahrscheinlich auch nicht gereicht. Was du auch, genau, was auch nicht gereicht hätte. Aber deswegen, es trifft mich jetzt nicht wie aus dem Sockel heraus gesagt, getroffen, wo ich jetzt sagen würde, alter Schwede, wie krass ist das denn? Sondern, das hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet. Wir kommen jetzt gleich zum Punkt, auch liebe Leute, auch zum Spiel und alles, was darum zugeschnitten ist. Trotzdem ist es hart. Ich gebe dir recht, um diesen Punkt jetzt abzuschließen, ich gebe dir recht. Man kann über die Jahre immer darauf hinarbeiten, man kann darüber sprechen, dass es irgendwann ein Treffen wird. Ich meine, du hast die ganzen Tiefpunkte aufgezählt. Ich nehme mir jetzt mal einfach den Niederrhein-Pokal. Noch viel mehr dazu. Ich nehme mal den Niederrhein-Pokal einfach mit dazu, einfach mal mit ins fette Boot. Ich komme mir gerade vor, als ob ich in der Titanic sitzen würde, aber ich hätte dieses eine Rettungsboot wie damals Kate Wingsland hätte ich nicht erreicht, die er überlebt hat und Leo, den haben wir mal absaufen lassen. Also ich wäre einer von denen wahrscheinlich gewesen. Ich wäre wahrscheinlich der Idiot gewesen, der Geige spielt. oben an Bord und du spielst nochmal einen zum Besten. So und im Endeffekt saubst du ab und bis einer von den 200, die es nicht erreicht haben, dieses Boot. Ja, macht es aber insgesamt, ich verstehe dich, um auf diesen Punkt zu kommen, es macht es nicht geiler oder es macht es nicht besser. Es fühlt sich nicht gerade geil an, um zu wissen, naja, Alter, habe ich doch letzte Woche schon gesagt. Wir kommen gleich noch zu vielen Punkten. Eine Sache noch und das vielleicht jetzt mal zu Beginn, falls am Ende einfach vielleicht die Saison komplett rund machen würde. Genau. Stefan. Genau. Wenn schon 624 dabei sind, liken. So, okay. Liken und abonnieren. Stefan, was würde diese dritte Liga am besten abrunden? Ich sag's dir. Wir gehen als 17. runter und Schalke kriegt die Lizenz nicht. Ja. Habe ich gestern gelesen, wir hatten ja gestern den Stream mit dem Nico und auch der letzte Woche. Ich sage nicht, dass es passiert. Ich sag einfach, das wäre dann noch die Kirsche auf die Sahne dieser Saison. Ja. Ich kenne auch die Thematik rund um, was war es damals, Sandhausen glaube ich und auch. Nein, das war Paderborn und 1860. Und Paderborn auch genau. Ich sag dir ganz ehrlich, das war ja ein Thema, was wir gestern auch angesprochen haben. Ich fand das extremst peinlich, fremdschämend in den letzten Tagen, schrägstrich Wochen, wo Gegner von uns, also Spieler, Trainer, Fans, egal wer, in den Medien rund um die Situation vom MSV Duisburg befragt wurden. Fand ich von der Presse als auch für mich als Duisburg-Fan fand ich befremdlich und fand ich auch extrem peinlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich mich nicht erinnern, hab ich nicht verfolgt. Ja, gefühlt jedes Interview, jeder Artikel, der mir geschickt wurde, jede Aussage, bla bla bla. Egal, wen du gefragt hast, es wurde immer gefragt, ist das nicht schade, MSV Duisburg, Runter und Werbe. Natürlich ist das schade. Ja, aber ich kann dir eins sagen. Das ist aber selbst verschuldet. Ja, das, was ich am wenigsten will, nach jetzt hier fast vier Jahren Kanal, ich brauch kein Mitleid. Ich möchte auch kein Mitleid. Ganz, heute, ich weiß nicht genau, wo du saßt, wir haben uns jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen, es war hier mehr oder weniger eine Übergabe. Wir saßen auf der gleichen Tribüne. Die Leute haben sich, weil sie, ich weiß nicht wie, also mich haben sehr, sehr viele Leute erkannt und ich muss sagen, vielen Dank für eine friedliche Stimmung, für einen guten Austausch, für eine gute Diskussion um unseren Verein herum, sag ich mal. Aber ihr braucht kein Mitleid geben. es ist für mich vollkommen okay. Wir sind heute Abend an einem Tiefpunkt angekommen, nachdem wir einen Tiefpunkt vom Tiefpunkt, vom Tiefpunkt, vom Tiefpunkt, vom Tiefpunkt, vom Tiefpunkt hatten. Gar kein Thema, gar keine Frage. Aber ich, für mich geht das Leben weiter. Okay. Sag ich Ihnen schon mal, im Feedback, für mich geht das Leben weiter und mir ist das auch, mir ist das nicht scheißegal. Ich leide damit, aber mich braucht man jetzt nicht anschreiben und sagen, alter Schwede, stürze ich jetzt nicht von der Brücke. Werde ich nicht machen. Kann ich schon mal sagen. Wir sind ja, im Prinzip sind wir jetzt gerade in einer Thematik, Stefan, die eigentlich nach dem Spiel käme. Ja. Switchen wir das Spiel oder sprechen wir drüber? Nein. Wir sprechen das Spiel. Wir sprechen das Spiel. Weil dann können wir, wenn das Spiel abgegangen ist. Mensch, du hast doch angefangen, Mensch. Ja, du hast ja recht. Deswegen frage ich, ob wir das Spiel einfach sein lassen jetzt. Umfrage des Tages. Wir nehmen nach der schwierigsten Stunde, ever auf diesem Kanal. Wir haben jetzt hier 650 Leute, wenn wir jede Woche absteigen würden. Ich will jetzt nicht sagen, würde ich nehmen auf diesem Kanal, aber ey, come on. Nein. Bitch, like a bitch, könnte man jetzt sagen. Komm, Zebra des Tages. Ich kann schon mal sagen, ich habe keinen Bock und ich nehme ihr auch keinen, aber nominier du gern mal vier Stück. Vier Stück soll ich nominieren? Ja. Alles klar. Währenddessen habe ich ein Pulle-Bier rausgehauen. Fleckstein. Ja. Tobias F. Tobi Fleck. Nein. Und Flecki. Warte mal, wen haben wir hier noch? Das sind meine vier. Genau, ich bleibe dabei. Hier schreiben gerade ein paar Leute. Ich nehme einfach mal einen Kommentar, der mich erreicht heute. Ich nehme auch Eswein. Ich nehme Eswein. Okay, also machen wir wirklich vier, ja? Ja, ich nehme Eswein. Und zwar mein Kumpel, der heute mit mir im Stadion war. Übrigens, vielen Dank an Stefan Lorenz, der uns diese zwei Karten ermöglicht hat. Wie gesagt, ich habe viele Leute gesehen und wir hatten Haupttribünenkarten, um das Ganze mal aufzudecken. Mein Kumpel, der hat gesagt, Eswein, der hat zumindest mit dem Ball am Fuß keine großartigen Fehler gemacht. Wüsste ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich nehme ihn einfach. Er hat schon einen Ballverlust, einen leichtsinnigen Ballverlust gehabt vor einer sehr gefährlichen Essen-Situation. Also Eswein würde ich heute nicht nehmen, aber ist doch vollkommen okay. Dafür sind wir ja zu zweit. Was man immer, dieses Spiel zu bewerten, ist halt immer auch schwer, weil du verlierst 4-1 und trotzdem ist eigentlich ein Innenverteidiger der einzige... Ein Innenverteidiger, ähm, der einzige Ware bei einer 4-1, bei einer 4-1-Niederlage. Ich muss noch einen reinwerfen. Ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Fanboy von Santi Castaneda. Santi hat beim 1-1 sich auswackeln lassen, hat aber vor dem 1-1 ganz in der ersten Halbzeit jeden und Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, Zweikampf gewonnen. So, und deswegen, und dann kommen Szenen, wo er dann einfach schlecht aussieht, bla, so. Jeder, der, vollkommen meine Meinung und ich mache es selten, aber jeder, der hier genannt wird, der nicht Fleckstein heißt, ganz ehrlich, es muss Fleckstein sein. Schreib Fleckstein 4-mal da hin und fertig. Ich nehme einfach die beiden Antworten, Fleckstein und, äh, und es war, es wird ein 100 zu 0. Ja. Es wird ein 100 zu 0. Ich, ich sage, nee, es wird kein 100 zu 0, aber nur aufgrund dessen, dass irgendeiner hier ein Tor gemacht hat. Ja, irgendeiner, irgendeinen gibt es eh, der sagt, nee. Ähm, andere. Komm, Arschleck. Machen wir das so? So wie, soweit, so viel, vielen Dank. Und, dann kommen wir wie gewohnt auf mal das Wesentliche zu sprechen. Ja, die Aufstellung. Denn, der MSV Duisburg, wir gehen noch einen minimalen Schritt zurück, ist, schon nicht 100, gibt es schon einen, der für Esswein gestimmt hat. Ja, ich, ich weiß nicht, ich kann schon mal sagen. Ähm, aber, die Ausgangslage war relativ klar, Michael, und zwar, ähm, Waldorf Mannheim gestern mit einem fetten, 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 fetten Ausrufezeichen, 6 zu 1, erfolgreich gegen Unterhaching. Und mich haben ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mich haben ja bitter, bitter, bitter böse Nachrichten erreicht. Wie kann denn Unterhaching sich so gehen lassen und warum ist das denn so? Und, äh, oh, ihr, und, äh, und, äh, mein Lieber, da sage ich ganz einfach, äh, bin ich raus, weil wenn wir jetzt schon am 32. Spieltag damit anfangen, warum Unterhaching für uns nicht jetzt spielt, dann ist das nicht mein Ansatz von Leistung und nicht mein Ansatz von, äh, von, ja, Engagement, sage ich jetzt mal, in dieser Liga, denn ich bin, äh, ganz klarer Freund davon, dass ich sage, lasst uns mal auf uns selber schauen und gucken, was passiert. haben wir nicht hinbekommen am Ende, das können wir schon mal spoilern, hier an dieser Stelle und gucken jetzt in dem Fall insgesamt auf die Situation und auf unsere Ausstellung, denn, vor dem Spieltag war es relativ klar, Halle hat nach uns gespielt, ich kann es schon mal vorweg nennen, die haben 0-2 gegen Ulm heute verloren. Ulm jetzt mittlerweile auf Platz 2 mit 59 Punkten, sieht auch sehr, sehr gut aus für die Freund aus Ulm, dass sie direkt durchmarschieren und wir gegen Rot-Weiß Essen mit folgender Aufstellung, man kann schon sagen, es ist 1 zu 1 dasselbe System als auch dieselbe Aufstellung, ja, ob der eine jetzt ein bisschen mehr reinschiebt oder nicht, aber es ist aus einer, boah, Schommers hat es ja in den letzten Wochen erwähnt, Michael, das ist ja mein neues Lieblingswort, Kompaktheit, Stabilität, so heißt es ja also schön, Köter kam rein für den Jonas Michelbrink, der ja vor zwei Wochen hier bei uns in der Sendung war, das ist so Personal-Eintausch, dann hast du den guten Joshua Bitter, der für Marvin Sänger herein rotierte, auf die, ja, Innenverteidigerposition auf der rechten Seite, ja, dann hast du insgesamt Vincent Müller, Fleckstein, Knoll, Bitter, auf den Schienenspieler-Positionen, Köter und Engin, in der Zentrale, Eswein und Kassaneda auf der 6, mehr oder weniger, also diesen defensiven Part, hast du dann im offensiven Bereich, Kölle, Plädel und Ginzek, jetzt können wir natürlich diskutieren, ist der eine ein bisschen mehr halb links, ist der eine ein bisschen mehr halb rechts, und, 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 aber, ich kann schon mal vorweg geben und dir mit auf den Weg geben, mein Kumpel, der neben mir sagt, äh, saß, der sagte, ist das nicht ein bisschen in der Zentrale verloren, in Bezug auf Kassaneda ist jetzt mehr oder weniger die einzelne zentrale Position in der Mitte, im Vergleich zu den zentralen Spielern von RWE. Also, fangen wir mal hinten an, die, ähm, Dreierkette verändert, schlaue Entscheidung, bitter auf die rechte Seite, zu stellen, äh, das Tempo von Bitter gegen den schnellen Young, äh, sicherlich, wenn er dann mal durchschießt, äh, gute Wahl, und auch, ähm, gegen Dumbuya im, im, äh, Kopfballduell auf der Seite immer recht stabil, deswegen Bitter verstehe ich komplett, Fleckstein auf der ungerunden linken Seite mit dem Spiel seines Lebens, so, Knoll auch gutes Spiel gemacht, so, Köter, linke Außenbahn, ersetzt Kölle, Kölle, ersetzt Plädel, Plädel ersetzt Eswein, und Eswein ersetzt Michelbrink, so, aber in einer sehr, sehr viel offensiveren Auslegung, das heißt, wir spielen hier, und du hast es vollkommen richtig gesagt, im Prinzip spielen wir hier mit einem 3-1-5-1, so, wir spielen mit einem, mit dem Ball, und wir spielen mit Kastaneda als einzigen Zentralen, und damit hast du eigentlich das Überlagern der Außenseiten mit Kölle und Köter zum Beispiel auf der einen Seite, äh, als Taktik vorgegeben, aber nie die Zentrale, und durch das Tempo von Kölle und, und Engin, beziehungsweise Köter, auch die, die schnellen Gegenstöße forciert, so, das heißt, du hast dich, und das ist schon oft das gewesen, was ich empfinde, du entscheidest dich, und so ist das Spiel in meinen Augen auch komplett gelaufen, du entscheidest dich, wenn du Michelbrink rausnimmst, entscheidest du dich dafür, den Ball eher nicht zu haben, und eher mit Tempo, wenn du den Ball hast, nach vorne zu kommen, mit Kastaneda, äh, mit Michelbrink, entscheidest du dich eher dafür, das Spiel zu dominieren, und das haben wir abgegeben, so, ähm, ich hab nach einer Viertelstunde, ne, kommen wir gleich zu. Was hättest du denn anders gemacht? Oder hättest du es genauso gemacht? Ich hätte, er hätte niemals Michelbrink rausgenommen. Niemals. Ja. Sorry ans Trainerteam, wenn er angeschlagen war, das kann ich natürlich nicht sagen, weil er ist auch später nicht reingekommen. Und man kann's schon mal vorwegnehmen, er kam ja gar nicht. So, und deswegen, das ist der einzige Grund, dass Michelbrink gar nicht kam, ich hätte ihn sofort in der zweiten Halbzeit, äh, hätte ich ihn sofort gebracht. So, aber die Frage ist, wenn er, wenn er nicht ganz fit war, ähm, okay, pass auf, weiß ich nicht. Können wir jetzt nicht gerade auflösen, ob er nicht ganz fit war, aber für mich hat es auf der Tribüne so gewirkt, als einer von, natürlich fast 20.000, als ob das einfach so ein Statement ist, so nach dem Motto, ich habe euch gehört gegen Bielefeld, äh, ich nehme jetzt mal einen aus der Zentrale raus und dafür schiebe ich den Köllen nach vorne und ich reagiere und, ich sag mal so, mannschaftstechnisch agiere ich jetzt mal ein bisschen offensiver. Ja, ist ja Quatsch. Ja, es ist ja, du kannst ja nur dann offensiver Fußball spielen, wenn du einen Ball besitzt. Und nenn mir Ballbesitzphasen, wo wir Gefahr daraus kreiert haben. Kenn ich keine. Verstehst du? Unsere, unsere einzige Chance waren, waren lange Bälle, die irgendwie, weil Ginczek hat sie festgemacht, ja, einzige Möglichkeit da irgendwie über, über einen langen Ball, den S-Wann oder Ginczek festgemacht haben, ähm, da irgendwie mal einen Ballbesitz reinzubekommen, aber ansonsten haben wir doch von hinten nicht rausgespielt. Der erste Ball, den wir spielen, war von Vincent Müller ein langer Ball, weil wir Schiss hatten heute. So, aber es ist auch verständlich, dass die Leute hier nicht mit breiter Brust, auf den Platz gehen, weil sie haben ja in unserer Pressekonferenz wieder gehört, wie stark Essen ist. Müssen, müssen wir darüber sprechen, was unter der... Nein, ich möchte da nicht drüber sprechen, sonst sage ich Dinge, die ich anderthalb Stunden nach dem Spiel sage, die ich morgen aber nicht mehr sage. Möchte ich mich aber anschließen, sehe ich, naja, ob es immer so zwischen uns ist oder nicht, sehe ich aber in dem Fall 100% genauso. und ich erweitere das Ganze jetzt nochmal, ja, um ein... Egal, wie es jetzt noch kommt, wir müssen an den Strich ran, Stefan. Pass auf. Ich erweitere das Ganze jetzt nochmal und für diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen können und auch verstehen können, der Content, der diese Woche über den MSV in Duisburg präsentiert wurde oder produziert wurde, der erschließt sich mir nicht. Und jetzt könnt ihr mich gerne im Hintergrund mal fragen, was ich damit meine und ihr könnt auch rätseln, was ich damit meine. Ich bin fast vom Hocker gefallen, aber... Lassen wir es mal an dieser Stelle so stehen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Pass auf, ich habe ja eure Review zu Bielefeld habe ich mir angeschaut und ich habe auch den Podcast mit Ahmet Engin gehört und das, was dabei irgendwie herauskommt, ist, vor allem beim Podcast mit Ahmet, dass du ja am Ende erst weißt, was richtig und was falsch war und dass du aber trotzdem nicht weißt, ob das Spiel anders gelaufen wäre, wenn du anders umgestellt hättest in der zweiten Halbzeit Bielefeld oder heute von Beginn an beziehungsweise vor allem ab der, was war es, 58. Minute oder was? Keine Ahnung. So. Ich sage dir, Stefan, Bielefeld und Essen haben uns dominiert, weil wir ihn in einen 30, 40, 50, 60, 70-prozentigen Anteil dieser Dominanz nicht abgenommen haben. und wenn du sagst, wir liegen 2-1 hinten, wir liegen 3-1 hinten, übrigens hat der Trainer beim 3-1 aufgegeben, er hat heute gesagt, damit war das Spiel entschieden. What the fuck? Ernsthaft jetzt? Geht nicht. So. Wenn du alles oder nichts spielst, an dieser Stelle, übrigens, wenn du sagst, er hat das im Interview nach dem Spiel 3-1 gesagt, Gleiches wurde letzte Woche nach 2-0 zur Halbzeit verkörpert. Na, es wurde mit Sicherheit auch in der Halbzeit von Bayern geglaubt, dass mit dem 2-0 das Ding gegessen ist in Heidenheim. Nur Heidenheim hat es nicht geglaubt. Nur Heidenheim hat gesagt, das lassen wir mit uns nicht machen. Und Heidenheim hat das Spiel in der zweiten Halbzeit so gestaltet, wie sie es wollten. Und dann hat eine Mannschaft wie der FC Bayern München dieses Spiel nicht mehr beherrschen können. So. Und jetzt kommen wir und machen Dinge, die nicht gehen. Wir lassen Bielefeld den Ball. Wir lassen Essen den Ball. Wir haben irgendwann nach dem 3-1 dann irgendwie mal umgestellt und sind relativ spät in meinen Augen auf eine Viererkette umgestiegen und haben bitter über außen gestellt. komme ich gleich auch noch mal zu bitter. Aber wir haben nie alles oder nichts gespielt. Und wenn du alles oder nichts spielst und wenn du alle nach vorne schiebst und viel mehr Vertikalität in deine Pässe bringst und viel mehr Risiko in die Pässe bringst, dann passiert beim Gegner definitiv einen Schritt zurück. Und dann drückst du diesen Gegner hinten rein. die Position der Essener mit einem hervorragenden Anlauf, mit einem hervorragenden Anlaufverhalten gegen uns, die ändert sich, wenn sie niemanden mehr zum Anlaufen haben, wenn wir komplett nach vorne schieben. Das heißt, dieses ins offene Messerrennen ist auf der einen Seite eine verständliche Situation in den ersten 5 Minuten bei einem 0-1 in Bielefeld von mir aus in der zweiten Halbzeit, aber es ist keine verständliche Situation mehr, wenn du 6 aus 7 Spielen gewinnen musst und dann mit einem 1 zu 2 hinten liegst und dann ich verstehst du mich? Ich verstehe, wir haben gegen, wenn wir den Trainer betrachten, wir haben gegen Halle einen Fehler gemacht nach der roten Karte von von Bitter. Wir haben in der, ich rede schon nicht mehr über die über die erste Hälfte seiner Amtszeit vor der Winterpause. Da ist ja das Hinspiel Bielefeld, wo die, wo wir wo wir da standen und die Spieler zur Seite geguckt haben, so, was hier Trainer, dürfen wir jetzt endlich mal anlaufen? So, das war ja beim Hinspiel gegen Bielefeld schon der Fall. Ich lasse mal die, die Hinserie lasse ich jetzt mal komplett außen vor. So, aber in der zweiten, in der zweiten Halbserie haben wir das gegen Halle gehabt, wir haben das in Bielefeld gehabt und wir haben das heute gehabt, wir haben das in Unterhaching teilweise gehabt, da würde ich ihm aber glaube ich die Schuld nicht für geben nach 60 Minuten. Wir haben das häufig gehabt, dass wir, dass wir nicht konsequent zu Ende gespielt haben, dass wir nicht konsequent mutig gespielt haben, das hatten wir in den ersten Spielen. Vural, das hatten wir in ganz, ganz vielen Spielen Schommers. So, ich möchte an dieser Stelle eine Sache trotzdem nochmal sagen, auch wenn Boris Schommers wahrscheinlich sich denkt, der Typ hat sie nicht alle und das lässt er mich auch spüren, aber ganz deutlich von meiner Seite nochmal, Schommers hat vieles, was Thorsten Ziegner nicht gemacht hat, hat er geschafft. Er hat Struktur in die Mannschaft gebracht, er hat taktische Abläufe verbessert, er hat in seinem Trainerteam eine Aufstellung gefunden, die dazu führt, dass wir bessere Ergebnisse erzielen können, er hat also alle fußballerischen Dinge hat er verbessert. Was er nicht hat, ist die Art und Weise, wie man Dinge in der Kommunikation angeht. Das habe ich schon zu hunderttausend Podcast-Folgen immer wieder gesagt. Und das ist nicht das, was wir gebraucht haben in diesen letzten Spielen. Wir sind, du brauchst nicht mehr hundertprozent Abläufe, ich sage mal Thema Schach. Du brauchst nicht mehr, wenn du nach Bielefeld fährst in der zweiten Halbzeit, dann brauchst du nicht mehr E3 auf E7 Schachmatt. Du brauchst eine gewisse Aggressivität, eine Laufbereitschaft und eine Kreativität der einzelnen Spieler, um Lösungen zu finden. Und wenn du komplett verschachlichst, so würde ich es mal bezeichnen, dann nimmst du auch eine Kreativität im Spiel raus. Und dann hast du, wenn du die Ansprache nicht hast, um die Leute im Herz zu packen, um die Leute anzustacheln, dann hast du eben nur dieses Schachspiel. Und das reicht ab einem bestimmten Moment nicht mehr. Du glaubst doch wohl nicht, dass ein Trainer von Mannheim, ich weiß nicht, wie ist er, vor Antwerpen, dass der, weiß ich nicht, egal, dass der technisch alles falsch gemacht hat und Antwerpen macht jetzt technisch alles richtig. Es geht jetzt um die weichen Faktoren. Und die haben wir schon wieder nicht auf unserer Seite. Und damit ist das Ding durch. Thorsten Ziegner hat zu verantworten, dass Boris Schommers sehr, sehr lange damit zu tun hatte, uns ein Gerüst zu verpassen. Das ist herzlichen Glückwunsch an Ziege, den Schuh muss er sich anziehen und Boris Schommers muss sich den Schuh anziehen, dass er nie die richtige Ansprache gefunden hat, um sein technisch-taktisches Fundament auch in die letzte Zelle des einzelnen Fußballers hineinzukriegen. Und das sind die beiden Punkte, die uns zum Abstieg geführt haben. Die fehlende Techniktaktik von Ziege und die fehlende Ansprache von Schommers. 50-50. Beide können die Hälfte und das hat uns den Tod hier und den Abstieg in die vierte Liga gebracht. Und ganz ehrlich, das, was er über die Spiele in der Retrospektive sagt, das stimmt in meinen Augen halt oft nicht. Nein, wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt heute. Wir haben heute gegen Essen eine schlechte erste Halbzeit gespielt. Wir haben mit Glück 1-0 in Führung gelegen. Aber wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Ich weiß nicht, welche Spiele die Leute ständig sehen. Herzlichen Glückwunsch Essen. Ihr habt uns heute komplett beherrscht. Ich saß mit meiner Freundin da. Meine Freundin hat zu mir nach einer Viertelstunde sagt Janine zu mir, Micha, ganz ehrlich, dass hier 100%, wenn wir jetzt das letzte Spiel Bayern gegen Dortmund ausklammern, dann war das hier die erste Viertelstunde war das heute komplett Bayern gegen Dortmund. Das war die Aussage meiner Freundin. Ich habe mir das überlegt und ich denke, sie hat vollkommen recht. Wir waren nicht mutig und wir waren noch nicht mal fake mutig. Wir waren grundängstlich und Essen war komplett dominant. Schon in der ersten Halbzeit. Jetzt haben wir natürlich ein recht großes Fass aufgemacht und ich glaube, das ist für die heutige Ausgabe auch relativ gut angebracht. Denn klar, jetzt können wir wieder über jede Szene sprechen und über jedes Tor. Ich glaube, Micha, wir tun gut daran, wenn wir es gleich mal auf den Punkt zusammenfassen und ich finde es auch gut, dass wir jetzt einfach mal unseren Meinung freien Lauf lassen. Ich möchte noch mal anschließend dazu und sagen, wir reden ja hier quasi über wirklich drei, vier Jahre darüber, dass es eine Abfolge ist von Problemen, die wir hier quasi jede Woche vor uns her schieben. Das heißt, dieses Spiel heute war für mich wirklich nochmal die Sinnbildlichkeit von den letzten vier Jahren, wo wir einfach in Passivität, in allem nicht hinterherkommen, uns als Fan gegenüber den Eindruck vermitteln, zumindest, wir sind nicht auf der Höhe, wir sind nicht der Situation gerecht, wir kommen nicht hinterher, wir sind nicht mehr im Stande, in einem höheren Alter in diese Leistung zu kommen, der Trainer gibt nicht die richtige Devise aus, weil wer will mir jetzt unter der Woche in dieser Pressekonferenz verkörpern, wir sind uns der Situation bewusst, wir nehmen die Zweikämpfe an, ich werde reagieren und werde taktisch was umstellen, ich werde den ein oder frischen Spieler reinbringen, also ich kann schon mal vorweg nehmen, wenn wir nachher über die Review bzw. über das Fazit sprechen, ich habe von dem allen nichts 0,0 gesehen und ich möchte mich noch mal darauf beziehen, jeder einzelne und da waren etliche Leute dabei, die mich heute versucht ich bin kein unfairer Sportsmann, jeder der mich aus dem privaten Fußball kennt, der wird das auch wissen, aber ich brauche das nicht, also der MSV Duisburg hat alles in den letzten vier Jahren dafür getan, dass ich mich auf diesen heutigen Tag sehr sehr gut vorbereiten konnte und demnach gehe ich auch damit um, ich kann jeden einzelnen verstehen, ob dem Micha oder jeden einzelnen Fan, der jetzt gerade auf dem Rückweg sich befindet oder auch gerade schon zu Hause ist, ich hoffe euch geht es allen gut, der das anders sieht, es ist überhaupt keine Frage, jeder geht damit anders um, aber wir haben nun mal so lange darum gebettelt, nächstes Jahr in dieser Schweineliga anzukommen und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab für mich aus meiner Sicht noch nie einen verdienteren Absteiger als uns und das doch Darmstadt aus der ersten Liga ich habe mir gestern angeguckt, meine Gott sind die schlecht ja gut, aber da reden wir über erste Liga zur zweiten Liga und ich sage mal so, in der dritten Liga haben wir in den letzten Jahren so so viele Spiele, schlechte Spiele gesehen und mir geht das echt auf den Keks, sage ich jetzt mal ehrlich, wenn wir über Gegner, über Schiedsrichter, über Fehlentscheidungen, bla 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 sprechen, jeder der heute im Stadion war, der wird gesehen haben und der wird deine These unterschrieben haben, alter Schwede, eine Mannschaft, die so mit dem Rücken zur Wand steht und keine, ich sage es jetzt einfach mal, keine Sau auf Deutsch gesagt, wird nicht mitbekommen haben, was gestern Mannheim mit Unterharrigen gemacht hat, keiner wird nicht gesehen haben, welche Auswirkungen das auf die Tabelle hat und all das in einem fetten Topf Suppe reingeworfen mit den Komponenten Bielefeld von letzter Woche plus der Tabelle und der Situation von gestern in einen Topf geworfen, hätte eigentlich heute auf dem Spielfeld den letzten Grashalm umflügen müssen in diesem System und mir als Zuschauer in der achten Reihe, der übrigens aufgesprungen ist beim 0-1 und der von allen Leuten doof angeguckt wurde, keiner hat mich doof angemacht, Props an alle RWE-Fans, der aber doof angeguckt wurde, das über 90 Minuten zu vermitteln und ich sage dir ganz ehrlich, egal welches 5-4-3-1 35-2 99-01 78-2-3-4-5-3-8-1000 das hat die Mannschaft mit Cheftrainer derjenige, der immer auf die Statistiken und auf die Fakten zählt, Boris Schommers nicht ansatzweise heute genau wie letzte Woche in zwei absoluten Endspielen auf den Platz bekommen und das muss man und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, komm Stefan, jetzt sieht man nicht allzu schwarz und hier und da und tralala, das muss man in so einem Format wie unserem bei mittlerweile 700 Live-Zuschauern, passt, krass Leute, ihr seid mega, könnt ihr gerne nur mal liken, muss man hier an dieser Stelle ansprechen und ich finde es schade, wenn wir das nicht mehr machen dürfen, denn der MSV steigt diese Saison nach vier Jahren verdient ab und das muss man einfach mal so unterstreichen und nochmal, für mich ist das extrem schade, ich habe, Micha, beim Lizenzentzug vor über 10, 12 Jahren habe ich damals in der Uni gesessen und ich habe, ich sage es dir wirklich, ich habe geheult, ich habe geheult, als ich von dieser Nachricht erfahren habe, weil mich das so ein bisschen getroffen hat, wie aus dem Nichts heraus und weil das so eine Geschichte war, wo ich sage, naja, was können denn jetzt die Spieler dafür, aber heute, an diesem Tag, ich habe tolle Gespräche geführt mit tollen Menschen und ich sage dir ganz einfach, da sind wir sowas von 100.000% selbst dran schuld, weil wir von uns heraus denken, die Mannschaft hätte eigentlich die Klasse auf dem Platz 16 oder 15 oder 14 oder 13 zu stehen und auf der anderen Seite hören wir immer jede Woche, ja, wir hauen alles rein und wir klappen, klappt und wir stehen das System um, bla 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 und am Ende des Tages fahren wir nach Essen und jeder, der heute im Stadion war, wird gesehen haben oder der im Stream geschaut hat, da war jetzt nicht gerade relativ wenig von wir wehren uns gegen den Drohnenabstieg zu sehen. Ja, so ist das und Mittwoch werde ich mir das Ganze mal anhören bei der Jahreshauptversammlung, mal gucken, was da so ein bisschen für eine Stimmung am Ende herrscht, was da für, weil ich denke schon, dass dieser Plan B, den man ja immer schon in der Tasche hatte, dass dieser Plan B jetzt zum Plan A wird und dann kann man schon mal bei einer Jahreshauptversammlung auch ein bisschen Ausblick geben. Das ist das Mindeste, was jetzt getan werden kann, dass wir bei der Jahreshauptversammlung ein bisschen Futter bekommen für das, was da passiert. Ich werde da sein, ich werde mir das anhören, ob ich was sagen werde, weiß ich nicht. Ich wurde sehr häufig schon gefragt, ob ich denn nicht mal auf der Jahreshauptversammlung ein bisschen was sagen wollte. Ich höre mir jetzt erstmal an, was da so passiert. Ich wünsche mir ganz einfach, dass ich das Gefühl habe, was ich bei Preetz, um ehrlich zu sein, habe, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns auf einen Neuanfang einlassen können mit dem Personal, was da ist. Koke und Preetz, finde ich, haben relativ wenig bis gar nichts damit zu tun, dass wir hier jetzt gerade absteigen. Und dementsprechend glaube ich, das sind schon zwei Entscheidungen, die da getroffen wurden, die uns in die richtige Richtung bringen können. Alles andere muss diskutiert werden. Es muss diskutiert werden, warum wir am Anfang so schlecht waren unter Schommers, warum wir besser wurden plötzlich unter Schommers, warum waren wir schlecht unter Wura am Anfang und warum wurden wir unter Wura plötzlich besser. Die Antwort kann ich jetzt hier an dieser Stelle geben. Die Parallele zwischen diesen beiden Momenten ist Branimir Bayec. Als Bayec Einfluss gefruchtet hat, wurden die Spiele unter Wura besser und das Gleiche gilt auch nach dem Wiedereinstieg unter Bayer oder mit Bayer unter Schommers. Und da muss man einfach mal drüber nachdenken, weil ich glaube, ist kein Geheimnis, dass wir uns mögen, aber ich habe mit ihm in den letzten Wochen und fast Monaten kaum ein Wort gesprochen, weil ich einfach das Gefühl habe, die haben jetzt so viel zu tun. Deswegen ist das jetzt eine komplette Idee, die ich gerade habe, aber ey, ganz ehrlich, Neustart in der vierten Liga mit Bayer, gibt ihm einen taktisch extrem versierten Co-Trainer an die Hand und gebt uns vor allem frühestens und dann im Laufe der nächsten Wochen frühestens bei der JHV und dann im Laufe der nächsten Wochen gebt uns bitte das an die Hand, denn nicht konkret jetzt Bayer, sondern gebt uns einen Ausblick an die Hand, weil ich sage dir eins, Stefan, wir haben sehr, sehr häufig am Ende der Saison darüber gesprochen, wir beide, dass wir immer ohne Euphorie in die nächste Saison gehen. jeder MSV-Fan seit fünf Jahren immer mit einem Downer in die nächste Saison geht. So, und ich sage dir eins, oder ich sage dem MSV Duisburg eins, unabhängig von seinen taktisch-technischen Fähigkeiten, mit Boris Schommers in die vierte Liga zu gehen, ist keine gute Entscheidung. Drei Punkte dazu. Also ihr merkt schon, liebe Leute, erstmal vielen Dank dafür, dass ihr reich am Start seid, ich glaube, es sind viele Leute aufgewühlt, auf der anderen Seite zu Recht auch gibt es Leute aus anderen Fanlagern, die sagen, mich interessiert dieses Thema und das habt ihr euch auch heute mal abends verdient. Ich kann nur dazu sagen, ich nehme das gerne komplett an, solange es sportlich bleibt, ich bin komplett dabei, habe ja auch unter der Woche mit diversen Streams hier auf diesem Kanal herbeigewohnt und auch mit Stefan Lorenz beispielsweise, also vollkommen in Ordnung, wenn es sportlich bleibt, Micha, aber ich würde sagen, ich erweitere dieses Thema um zwei Toppings, sage ich jetzt mal, weil auf der einen Seite frage ich mich, wenn Bayic ein Aufschwung war in dieser Zeit um, du hast es ja gerade angesprochen, um den Oktober, November herum damals, warum ist dieser Faktor jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Wochen nicht mehr gegriffen, also wo war er? Er ist ja, nein, er ist ja niemand, der als leitender Übungsleiter zur Mannschaft spricht. Das Einzige, was was Bayic als in seiner Funktion tun kann, ist mit Trainer und Team sprechen über die über die Dinge, die nicht das das Spielfeld betreffen und vielleicht in der Büro, hinter der Bürotür mit Boris Schommers auch über taktische Dinge, aber das Ganze dann in der Kabine und auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz mit der Mannschaft umzusetzen, das ist der hauptamtliche Übungsleiter, das ist nicht derjenige, der vielleicht ein paar Impulse reingibt. Genau, und das habe ich auch letzte Woche schon hier gesagt an Ort und Stelle und ich glaube, ich meine, wir sind ja nicht in der Bundesliga und wir sind auch nicht in der Champions League und wir reden hier nicht über über Ancelotti und wir reden hier nicht über wen auch immer, sondern wir reden über den RSV Duisburg in der dritten Liga und ich glaube, und ich glaube, dass man als Spieler, als Co-Trainer, als Verantwortlicher, egal wann auch immer, ich will jetzt nicht sagen, den Trainer entkräften kann, um Gottes Willen, also das, das wären ja jetzt hier Worte, die ich reinkloppen würde, die mir gar nicht zustehen, aber Micha, ich habe letzte Woche schon gesagt, montags, wir liegen 2-0 zurück und du schreibst die 60. Minute auf der Bielefelder Alm und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird es wissen, du hast Führungsspieler in deiner Mannschaft, das muss nicht unbedingt der Kapitän sein, das muss nicht der Torwart von ganz, ganz hinten heraus sein, aber es gibt immer Spieler, die dann sagen, ey Leute, ich nehme jetzt das Heft in die Hand und draußen steht jemand, der hat uns zwar gesagt, so und so und so und so und so und so und so ich merke aber gerade, ich habe dieses Näschen, ich habe die Erfahrung und ich bin jetzt einer, der hat zumindest diese breite Brust hier und verkörper einfach dieses Trikot, ich gehe jetzt vorweg, weil was soll passieren, wenn jetzt ein Knoll letzte Woche die Devise gegeben hätte, ich gehe jetzt ab der 65. Minute einfach mal steil nach vorne als Kapitän, meinst du, der hätte den heute 90 Minuten auf die Bank gesetzt und wir hätten letzte Woche 4-5-0 verloren? Nein, es wäre ein Zeichen gewesen, es wäre ein Zeichen von Stärke, von Führung gewesen, einfach mal vorweg zu gehen, was ich damit sagen will und das wurde unter der Woche auch in der Pressekonferenz gesagt, es müssen natürlich auch Akzente aus der Mannschaft herauskommen, auch mal passieren, genau wie heute bei diesem Spiel, wo waren die Grätschen, wo waren die Zweikämpfe, wo war die Emotionalität in Bezug auf die Zuschauer, in Bezug auf die, auf den Schiedsrichter, es war ja gar nichts zu sehen, es war ja überhaupt gar nichts, 0,0, das heißt, jemand, der wie ich immer sehr, sehr kritisch auch den Trainer beäugt, legt jetzt aber auch nach letzter Woche speziell nochmal den Finger in die Wunde in Bezug auf die Spieler, ja, also ich lasse die jetzt hier nicht einfach davon kommen, sondern ich sage natürlich beide Komponenten, Spieler als auch Trainer und da gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, gerade wenn wir jetzt nächste Saison in die Regionalliga starten und wir stehen jetzt vor diesem Umbruch, ja, wie man so schön sagt und wir müssen einfach jetzt die Weichen stellen für eine erfolgreiche Zukunft und by the way, bevor jetzt alle denken, was sind das wieder für Schwarzmaler, schaut euch unter der Woche nochmal bitte das Interview von Michael Preetz an und ich kann nur sagen, in den letzten drei bis schräg schräg vier Wochen bin ich kein Fan, aber ich bin absoluter Freund davon, dass ich sage, dieser Mann verkörpert mir gegenüber zumindest Ahnung vom Fußball, Ahnung von, wie führe ich einen Verein und wie kriege ich diesen Laden wieder in den Griff, deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, dass ich sage, jo, mit ihm können wir in die Zukunft gehen, wenn er Bock hat, nach wie vor an Bord zu bleiben und dann kriegen wir das auch relativ gut hin. Das Problem, was ich sehe, Micha, um das Ding jetzt mal abzurunden, weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viele lange Passagen hier heute Abend drin, aber macht er auch gar nichts, jeder, der jetzt denkt, der MSV steigt ab und Aachen steigt wieder auf, der ist echt schief gewickelt, weil ich beäuge dieses Thema, Regionalliga, hier auf diesem Kanal mit dem Sven zum Beispiel unter anderem, seit drei bis vier Jahren und ich sehe den MSV in den nächsten Saison jetzt nicht so eben mal eben locker flockig, ach, wir fahren mal eben nach Wiedenbrück und wir fahren mal eben nach Rödinghausen und wir fahren mal eben nach Wegbeck-Beg und holen mal eben die drei Punkte, zumal all diejenigen, die jetzt denken, ah, okay, der scheiß Gegner und der scheiß Gegner, nächste Saison spielen wir ungefähr gegen sechs bis acht Zweitvertretungen, Micha, und das ist ja auch so ein Thema, was dich betrifft, das wird nicht schön, kann ich euch schon mal sagen, das wird richtig extrem scheiße sogar. Kommen wir zum Spiel. Der MSV Duisburg geht durch Alex Eswan in der 37. Minute nach Vorarbeit entgehen durch einen Rechtsschuss in Führung. 1 zu 0, dann kurz vor der Halbzeit in der 46. Minute Sapina mit einem Rechtsschuss, Rechtsfußschuss aus der Distanz nach Vorarbeit von Brumme zum 1 zu 1. Brumme ebenfalls in der 57. zum 2 zu 1 für Rot-Weiß-Essen. Dann Elfmeter, Notbremse, keine Doppelbesprafung, aber gelbe Karte für Vincent Müller, Elfmeter, Dumboja in der 72. und Brumme zum 2. in der 94. Minute per Linksschuss nach Vorarbeit Völke zum 4 zu 1. Das war die Review zum Spiel. Jetzt sind wir durch. Bei 700 Zuschauern. Ihr seid bekloppt. Ich weiß, dass da auch viel Heimel dabei ist, aber macht ja... Oh, ich sehe gerade nochmal das. Ey, habe ich gar nicht gesehen, Micha. Du hast gerade nochmal angesprochen. Was denn? Ich habe da 2-1 gar nicht im Stadion gesehen. Wo warst du denn da? Wahrscheinlich Bier holen. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, also... War der haltbar? Das 2-1? Ja. Kann ich nicht gut sagen. Nee, das Ding von Schabiner, was anscheinend nicht gezählt hat. Sehe ich gerade, oder? Oder hat es gezählt? Das 1-1, kurz vor der Halbzeit meinst du, oder was? Ja, ja. Ich muss es nochmal sehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann dir aber eine Sache kann ich dir sagen. Vincent Müller hat sich extremst geärgert. Also, ähm, er war dran, das weiß ich. So, und ob er ihn halten kann, weiß ich nicht. Ich muss es mir, wie gesagt, im Fernseher nochmal anschauen. Aber, Stefan, US-Sport. Aber jetzt mal eine Frage. Football US-Sport. If you can touch it, you can catch it. So, die Frage stellt sich also nicht. Wenn du mit den Fingern dran bist, dann kannst du ihn vermutlich auch halten. Pass auf. Schreiben die Leute gerade Traumtor. Also, ich sehe auch, das war ein Strahl. Gebe ich euch. Aber, ich gucke jetzt gerade nur die Highlights von Magenta Sport, ne? Nebenbei. Ist da nicht unser, weil, was wir ja schon angesprochen haben, auf Grund dieser, ähm, Umwechslung, ist unser Zentrum nicht sehr, sehr offen. Dadurch, dass wir nur quasi einen Sechser haben. Und? Lässt Castaneda sich da nicht relativ easy ausspielen? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Da ist ja nur eine Körpertäuschung dabei. Und er geht ja vorbei an der spielentscheidenden Position. Bei allem, bei aller Liebe. Und ich weiß, wie viele Liebhaber wir hier von Santi haben im Stream. Sorry. Ja, das ist das. Das ist, das habe ich gerade. Ich weiß nicht, ob du da warst. Ich habe es auf jeden Fall gerade schon mal gesagt. Aber ein Bantler und dann ist Kreisleger C Abwehrverhalten, ne? Muss man ja sagen. Genau, Santi gewinnt vorher sieben von sieben Zweikämpfen, inklusive drei von drei Kopfbällen. Verliert nicht einen Zweikampf, aber beim 1-1 lässt er sich viel zu leicht auswackeln. Das ist dann, da macht er sich mit einer Szene, macht er sich dann die Bewertung der gesamten Halbzeit komplett kaputt. Dementsprechend ja. Da hat Santi seine Aktien in dem Tor. Und den kann man halten, glaube ich. Und wenn der Torwart die Finger dran hat. Ja. Genau, das ist die Regel, ne? Beim Tor. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe mir ein Bier eingegossen. Das sollte keiner, jetzt sollte nicht so klingen hier. Abschiedsbier. Ich habe auch gerade schon eins geliefert bekommen. Das war sehr lieb. Deswegen habe ich gerade so zwischendurch so zur Seite geguckt. Das waren auf jeden Fall die beiden Tore zum Schrägstrichen 0-1 und 1-1. Dann haben wir Lukas Brumme. Ich sage dir ganz ehrlich, von der Tribüne aus, dachte ich mir auch, das ist ja ein Linksverteidiger, der einen starken linken Fuß hat. Kann man den nicht auch halten? Jetzt sehe ich es gerade in der Wiederholung, weiß ich nicht. Würde ich jetzt dem Torwart keinen großen Vorwurf machen, aber trotzdem. Also das möchte ich an dieser Stelle mal ganz gut sagen. Normalerweise bin ich sehr gut vorbereitet und gucke mir alles nochmal an und review die Spiele dann ganz sachlich. Aber ich komme gerade aus Essen und ich habe die Sachen nur live im Stadion gesehen. Dementsprechend kann ich das nicht beurteilen. Okay, springen wir aber mal in die alles spielentscheidende Szene. Denn das habe ich zumindest von der Tribüne sehr, sehr gut verfolgt. Es steht 2-1 und der MSV ist im Angriff über die linke Seite mit Alexander Esswein und der wiederum muss man ehrlich sagen, legt sehr, sehr gut und geschickt zurück auf den heranstürmenden Ginzik. Und der aus zentraler Position hat das 2 zu 2 auf dem Schlappen. Er macht die nicht, indem er dort diesen oder Schuss nicht richtig aufs Tor bringt. Ich glaube, Gold zählt ihn. Und postwendend, gefühlt 30 Sekunden später kriegen wir das 3-1. Das war natürlich so im Endeffekt das entscheidende Ding, wo ich sagen würde, auf der einen Seite kannst du das 2-2 machen, dann sieht es minimal vielleicht noch anders aus, sind wir uns auch einig. Würde uns jetzt auch nicht enorm weiterbringen, sondern wir brauchen schon diese drei Punkte. Aber bei einem Ausgleich, ich sag mal, keine Ahnung wann es war, aber zur 65. oder 70. Minute herum oder 60. Dann ist ja vielleicht nochmal was drin. So wiederum läufst du in diesen Konter und in die gegengesetzte Richtung und dann kriegst du nach, wie gesagt, 65 Minuten das 3-1, dann war das Ding ja auch gegessen. Ja, 72 Minuten, der Elfmeter, aber dann hast du, und das sehe ich halt nicht so. Ja, aus unserer Sicht, aus Fansicht, weil wir die Situation in der Vergangenheit so oft gesehen haben, war das Spiel dann vorbei. Ich sehe gerade, sorry, die Elfmetersituation. Aber du kannst nicht allen Ernstes sagen, das Spiel war entschieden als Trainer in der 72. Minute, weil da hast du noch 22 Minuten. Ganz ehrlich, all or nothing in dem Moment. Aber auch das ist nicht passiert, aber das habe ich ja eingangs schon mal erzählt. Lass uns trotzdem mal drauf gucken. Währenddessen habe ich eine Information bekommen, dass Michel nicht verletzt war, nicht angeschlagen war. So. Also reine Entscheidung des Trainers, ihn nicht zu bringen. Gucken wir trotzdem mal auf die Entstehungsgeschichte zum 3-1. Guter Ball von Rot-Weiß-Essen über die linke Seite, genau in die Schnittstellung. Und wenn man jetzt schon sagen würde, da haben die Jungs in der Vorbereitung auf den Gegner, sprich auf den MSV, ein bisschen drauf aufgepasst, wie kann man diese Abwehr aushebeln. Und wir haben ja in den letzten Wochen zum Beispiel Knolli immer eine gute Leistung als zentraler Mann attestiert. Dann ist es genau so ein Ball in die Schnittstelle hinein. Denn wenn ich mir das jetzt gerade angucke, der Ball kommt hinter die Kette. Er verwickelt sich mehr oder weniger in ein Laufduell, wo er natürlich klar sein Defizit hat, aber trotzdem immer aus meiner Sicht noch die Möglichkeit hat, diesen Ball abzulaufen oder abzugrätschen. Kommt diesen Schritt zu spät, läuft und grätscht quasi ins Leere. Sodass Obus, ist es glaube ich, dann mehr oder weniger vor Vincent Müller auftaucht. Der holt ihn dann von den Beinen und vor mir sind die Leute aufgestanden und sagten, hier rote Karte. Nein, das ist ja quasi das Thema um diese Doppelbestrafung. Wissen halt viele nicht. Ja, es ist dieses Thema rund um die Doppelbestrafung. Ich glaube, Geld ist vollkommen in Ordnung. Es gibt den Elfmeter, es gibt gelbe Karte, das Ding ist drin. Wenn er die Grätsche 17 Meter vor dem eigenen Kasten fährt, kriegt er rot dafür. Ja. Und ich glaube, Micha, bevor wir dann natürlich noch standesgemäß das 4-1 hier mit reinnehmen durch, wen haben wir hier, Brumme in der 90. plus vierten Minute, machen wir das Ding rund. Das war das 3-1 mit dem verwandelten V-Lefmeter durch Dumbuja war das Ding für den MSV Duisburg gegessen, weil zwei Tore aufzuholen, ich glaube, das ist uns diese Saison wahrscheinlich gar nicht gelungen. Plus hätte uns auch wahrscheinlich untersticht auch gar nichts gemacht. Ja, aber die Art und Weise, mit der man es hätte versuchen können, die hat es aber auch nicht gegeben. So, und dementsprechend war es logisch, dass nichts mehr passiert. Können wir einer im Chat oder du, Stefan, beantworten, warum der Support eingestellt wurde? War es nur... Nach dem 3-1? Nach die, ja, ja, die letzten zehn Minuten, gefühlt. War es nur das Ergebnis? War es die Art und Weise wie Fußball? Ich möchte es gern verstehen. War es einfach nur die Leistung, weil die Fans die Schnauze voll haben? Ja. Oder gab es irgendwas, wie ein Ärzteeinsatz oder irgendwas? Ich glaube, alles gefühlt ein bisschen. Es gab ja auch, glaube ich, einen Ärzteeinsatz. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich will mich jetzt nicht aufs Witzel lehnen. Aber wenn es... Ich will das hier gar nicht bewerten. Ich will es halt wissen. Nein, aber egal, was es war, kann ich natürlich komplett nachvollziehen. Einsatz im Blog lese ich gerade. Medizinischer Notfall. Okay. Ja, gut. Aber war danach die letzten 10, 20 Minuten auch nicht mehr großartig. Und wenn es auf die spielerische Leistung als auch auf den Einsatz bezogen war. Ich weiß nicht genau, wo du gesessen hast. Ich habe mich nachher auch vergraben auf meinem Platz und dachte mir, jo, alles klar. Oh, ich lese gerade, es wurde ein Böller auf die eigenen Fans. Also auf die... Wow. Das ist natürlich scheiße. Wow. Ich habe auch gelesen, auf dem Rückweg habe ich schon gelesen, dass ein Rollstuhlfahrer beworfen wurde. Mit einem Böller. Ähm, wow. Lassen wir... Wow. Also ich saß... E4, Stefan. Ja. E4 saß ich. Böller und auf eigene... Das ist die falsche Plattform auch. Möchte gar nichts... Kann ich gar nichts zu sagen. Möchte ich auch gar nicht. Der Böller kam aber nicht von der Fanszene. Er ist mir wurscht, wo der herkommt. Ja. Pass auf. Der MSV verliert 4 zu 1 im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Essen und nach dem gleichbleibenden Sieg von Waldorf Mannheim am Tag zuvor gegen Unterhaching mit 6 zu 1 stehen wir, Michael, also noch nicht final, aber rein rechnerisch natürlich knapp vor dem Aus und bedeutet, dass wir... Und jetzt brauche ich auch kein... Erst recht über die Art und Weise der letzten zwei Wochen brauche ich jetzt hier keinen Optimist um die Ecke kommen und sagen, alter Stefan, mal mal nicht so schwarz. Schwarz stehen wir also vor der Regionalliga und wir haben es immer wieder gesagt, in der Analyse in Bezug auf die Art und Weise, in Bezug auf das, was man mit den Fans zusammen kreieren muss und gestalten sollte, haben wir immer darauf hingewiesen, ohne jetzt immer nur schwarz zu malen, aber stehen wir vor dem Weg in die Regionalliga und ich glaube, naja, da muss man jetzt schon kühnster Optimist sein, um das noch abzuwenden, weil, wie gesagt, diese Art und Weise natürlich auch nicht ansatzweise dazu beäugt, jetzt nochmal optimistisch zu sein. Wir verlieren also nach Bielefeld in der vergangenen Woche, jetzt ja auch nochmal an dieser Stelle gegen Rot-Weiß-Essen im Derby mit Sang und Klang 4 zu 1. Ich weiß gar nicht, wo diese vier Tore herkommen, aber aus meiner Sicht verdient mit 4 zu 1. Und ja, Micha, Review, beziehungsweise Fazit, ich glaube, ich nehme nicht vorweg, das dürfte es jetzt gewesen sein. Ja, na klar war es das. Also, auf der einen Seite war es das, auf der anderen Seite würden sechs Siege dazu führen, dass wir es doch noch schaffen, aber wir werden sie halt nicht erreichen, so ganz einfach, deswegen, das war es. Ich kann mir, ich hoffe nur, dass man jetzt eine Art und Weise an den Tag legt, in den nächsten sechs Spielen, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Und zwar auf der einen Seite, dass man eine Art und Weise, Fußball zu spielen, jetzt nochmal sechs Spiele lang zeigt, die nochmal das Unmögliche möglich machen können. Und Punkt zwei, die dann aber auch die Fans ein bisschen wieder mitnimmt. So, das heißt, dass wir relativ früh die Weichen für die neue Saison stellen, dass jedem klar ist, welcher Trainer, beziehungsweise dass dieser Trainer nicht mehr oder, oder, oder. Und wenn man jetzt sagt, wenn man überlegt, mit Schommers in die vierte Liga zu gehen, dann muss man das auch jetzt verkünden. Dann muss es jetzt raus, es muss, es muss halt ein bisschen klarer jetzt werden. Das wünsche ich mir. Und abgesehen davon wünsche ich mir, dass wir Gespräche führen, ganz konkrete Gespräche führen mit Leuten, die ich mir vorstelle in der vierten Liga als Gerüst für so eine Mannschaft. Wir sehen Freitag zu Hause gegen Mannheim, äh, schon einen davon im Tor. Max Braune, äh, wird ins Tor gehen aufgrund der gelben Karte. Ja, sag mal ein paar Namen außer Max Braune, wen, wen können wir am Freitag eventuell schon erwarten? Oder wer wäre das Gerüst? Haben wir heute auch schon drüber gesprochen auf der Tribüne, aus deiner Sicht. Was ich mir wünsche? Ja, ja. Ähm, es ist... Realistisch, realistisch. Okay, realistisch, okay. Realistisch ist auch schwer für mich einzuschätzen, weil ich ja nicht weiß, wie die, wie die, äh, Situation mit Beratern, blablabla, so. Ähm, aber nicht komplett unrealistisch. So, wünsche ich mir auf jeden Fall, äh, Fleckstein für die Regionalliga. Engin. Kastaneda-Michelbrink. Ina Nolu. Jawus. Ich glaube, bitter ist nicht realistisch. Ich würde ihn mir auf jeden Fall trotzdem wünschen. Äh, wünschen würde ich mir auch, weil ich nicht weiß, wie seine Möglichkeiten jetzt überhaupt noch sind und wie die familiäre Situation ist, wünschen würde ich mir auch Knolli tatsächlich nochmal. Ähm, ich kann aber mal ganz deutlich sagen, was ich glaube, was auf jeden Fall, äh, aus MSV-Sicht keinen Sinn mehr ergibt. Keinen Sinn mehr ergibt logischerweise Köter, der wieder zurückgeht. Keinen Sinn ergibt aus meiner Sicht, ähm, Rolf Fälscher. Alex Eswein. Gincek. Ähm, boah, Plädel ist zu unrealistisch, aber würde er Sinn ergeben auf jeden Fall, aber Plädel bleibt nicht, glaube ich nicht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, gehen wir nochmal in die Aufstellung. So, ähm, Kölle würde ich mir unglaublich wünschen. Bin ich mir, bin aber, ich bin aber kein, äh, kein naiver Podcaster, der nicht glaubt, dass Niki Kölle, äh, woanders mindestens hochrangig dritte Liga, wenn nicht sogar zweite Liga, äh, Platz bekommt. Ähm, dann haben wir noch, hab ich fast alle, hab ich fast alle gehabt, oder? Bin nochmal noch auf der Bank gehabt. Äh, Mogeltai will ja eh weg, soll ja eh weg. Äh, Stirlin, ähm, boah, schwierig. Schwierigkeit, hab ich keine wirkliche Meinung zu. Zenger, nein. Äh, und Müller. Müller würde ich als, als Rechtsaußen definitiv auch mit in die Regionalliga nehmen. So, dann haben wir schon, äh, ich weiß nicht, wer mitgezählt hat, äh, sechs, sieben Leute oder sowas. Ich weiß nicht, was mit Barkier ist. Äh, Barkier ist, glaube ich, kein Typ, der, ähm, also Baka lords auch nicht. Nein, nein, Baka lords auch nicht, um Gottes Willen. Baka nicht, ähm, Barkier würde ich auch nicht sehen, weil, äh, Barkier sich da auch selber nicht sieht. Das ist schon mal das größte Problem. Barkier sieht sich selber ganz woanders, glaube ich. Ja, so ist das. Giert natürlich nicht. Ja. Also, gibt's schon ein paar Junge, die ich, äh, und ein, zwei Ältere, die ich schon gerne halten würde. Ja. Ich, ich guck grad, ähm, weil auch wenn, äh, wir haben ja immer so viel Spaß gemacht. Äh, Koya Pusch auch, nein. Wir haben ja so viel Spaß gemacht über den Kicker, Micha, und jetzt gerade, wo du den kompletten Kader durchgegangen bist. Ich glaube, Notenbester Spieler des MSV Duisburg in dieser Saison, jetzt mach ich's mal, Vincent Müller mit der Note 2,97. Glaube ich auch nicht, dass er bleibt, um das nochmal vervollständigen. Nee, hast du, hast du ja, glaube ich, gesagt. Also trotzdem, äh, mal zur Einordnung. Und dann haben wir sogar noch Marvin Knoll mit 3,02. Ansonsten sind alle ein bisschen schlechter. Ja, geh ich mit bei deinen Einschätzungen und auch zum Kader. Hab ich, glaube ich, gestern an dieser Stelle auch schon mal mit dem Nico so ein bisschen behandelt. Dieses Thema könnt ihr gerne nochmal reinschauen in die Preview als auch in die Tierlist. Ähm, ja. Was bleibt jetzt noch zu sagen? Ähm, wir können natürlich gerne mal hier die Stimmen mit reinnehmen. Ich habe, glaube ich, im Nachgang noch nicht heute den Post abgesetzt. Eure Stimme zum Spiel. Deswegen würde ich euch jetzt bitten, einfach das Ganze mal hier in den Chat rein zu hauen. Gebt gerne mal euren Senf dazu. Wir werden jetzt gleich nochmal mindestens drei bis fünf Themen oder Stimmen mit reinnehmen. Das kann ich schon mal verraten. Ansonsten, Micha, lass uns doch mal das ganze Thema mit abfrühstücken. Und zwar einmal Spielnote. Und dann werde ich hier gleich den Pool oder den Pool schließen in Bezug auf den Spieler des Tages. Das kann ich auch als erstes machen, bevor wir jetzt hier rumreiten. Und zwar Zebra des Tages wurde oder wir mit 40 Prozent Fleckstein. Wow. Von 440 Stimmen, Michael. Also das ist schon sehr präsentativ. 110 Leute auf Fleckstein. Mich wundert, dass es nur 40 Prozent sind. Die Leute im Stadion haben mit Sicherheit, äh, ja, das ist natürlich, das ist natürlich die Frage. Wie viel von dem, was Fleckstein gemacht hat, siehst du am Fernseher, ne? Ähm, boah. Haben wir das aber. Tobi Fleckstein, Zebra des Tages. Und ich gehe da mit. Kann ich schon mal vorwegnehmen, Michael? Ja, ganz kurz. Lieben Dank. Ich gebe es weiter an meine Freundin Colonel Walter, eh kurz, Zebra des Tages. Ja, vielen, vielen Dank. Ich gebe es weiter und ich bin mir dessen bewusst. Walter. Ich kann schon mal vorwegnehmen. Ich trinke gleich noch 200 bis 300 Pils bis morgen früh, ähm, an dieser Stelle. Und, äh, haben wir den, oder das Zebra des Tages. Spielnote, Michael. Möchtest du anfangen? Eins. Ich schließe mich an und sage eins. Haben wir eine Durchschnittsnote von? War schwer. Können wir uns im Chat mal helfen? 1,5, glaube ich. Eins. Ich freue mich schon, wenn jetzt hier eine oder andere hier wieder schreibt, vier oder fünf oder sowas. Das ist auch immer geil. Ne, eins. Bleibt dabei. Also im Chat kommt auf jeden Fall eine andere Spielnote zustande, weil mit Sicherheit auch... Ozan schreibt 0,25. Finde ich auch geil. Ja. Guck mal hier. Tobi Briede fand, es war eine Neun. Ist, äh, bestimmt ein Duisburger. Ja, klar. Mit dem RWE-Zeichen. Mit dem RWE-Logo. Mit dem RWE-Logo davor. Ist mit sicher ein Duisburger. Denke ich auch. Also ich, äh, ich kann mir das schon denken, dass die Essener das, äh, geil fanden heute, wenn wir, äh, 4-1 das Derby gewonnen hätten, dann wäre mir die Art und Weise auch egal gewesen. Aber nochmal, und das nochmal für diejenigen, die jetzt erst einschalten. Eine, eine Frage mal so zwischen... Bei aller Rivalität. Eine Frage. Essen hat das heute mehr als verdient. Haben wir jetzt, glaube ich, schon mehrmals gesagt, ne? Ja, ich wollte für die, die jetzt da später noch dazugekommen. Aber so Zwischentopic, um jetzt nochmal ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Würdest du sagen, die Schuld ist jetzt beglichen? Oder irgendwie bei dir haftet? Die Schuld? Ja, von 2006, 2007. Also, ich kann... Das ist mir wurscht. Es geht auch gar nicht um eine Schuldbegleichung. Es geht darum, dass, ähm, dass wir das jetzt ertragen müssen. So, ich werde beim nächsten Mal, wenn wir gegen Rot-Weiß-Essen Fußball spielen. Und wenn am Ende bei uns ein Aufstieg und bei Essen ein Abstieg steht, dann werde ich auch wieder rufen, wir steigen auf und ihr steigt ab. Man muss es nur aushalten, dass das dann eben Karma is a bitch auch zu dir zurückkommt und du das dann eben ertragen musst. Du musst es ganz einfach ertragen. Und ich finde, äh, das Liedgut der Essener... Haben sie heute, haben sie was Gutes ausgepackt? So, ich fand's beschissen, weil ich Duisburger bin und ich kann mit Essen nix anfangen, aber ich muss es aushalten, weil sie haben Recht damit, wenn sie uns jetzt auch mit häme. Äh, wie oft soll ich's noch sagen? Ich hab's am Anfang der Sendung... Ich wollte nur nochmal darauf zurück, dass, ähm, natürlich viele Leute, die auch damals dabei waren, ich unter anderem im Stadion, heute natürlich nochmal damit, äh, konfrontiert wurden und gesagt wurde, naja, ähm, wir begleichen jetzt hier unsere Schuld und jetzt müsst ihr runter und, äh, damals mussten wir runter. Für mich ist es komplett losgelöst. Ich sage mal, ähm, wir haben uns die Scheiße selber zuzuschreiben und, äh, Glückwunsch! Das war natürlich heute mehr als ein verdienter Sieg, als auch eine gute Leistung in den letzten zwei bis drei Jahren vom Gegner. Und von uns war es einfach eine Bankrotterklärung in den letzten drei bis vier, fünf Jahren. Also, das muss man an dieser Stelle einfach mal dazu sagen, dass der Spielplan jetzt das Ganze so hergibt, dass wir, äh, letztendlich heute, ähm, quasi das Schicksal besiegeln. Das ist natürlich ein bisschen auch Zufall oder Schicksal in dem Fall. Aber das ist halt so. Und, äh, von daher, ähm, ich glaube, passt halt an dieser Stelle. Und, ähm, ja, Micha, dann geht es weiter. Ja, ganz kurz. Ja, ganz kurz, ähm, weil die Frage jetzt schon sehr, sehr häufig kam, äh, ob wir bei Abstieg, äh, im Stadion bleiben können. Ich will das mal so sagen, ähm, ich glaube, der MSV kann eine Regionalliga noch viel, viel weniger finanzieren, ohne die VIPs, ohne die Logen, ohne unsere, äh, unsere guten Tribünen. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, so von außen betrachtet, es gibt keine andere Möglichkeit und es ist auch finanziell die bessere und dementsprechend, ja, wir werden sicherlich im Stadion bleiben. Habe ich auch schon gesagt an dieser Stelle und, äh, alles andere ist, glaube ich, nicht vorstellbar. So, kommen wir zu, wolltest du sagen, wo kommen wir zu? Ach, ich weiß es gar nicht. Also, ob wir weitermachen, ist ja auch die Frage. Reden wir ein anderes Mal drüber. Reden wir ein anderes Mal drüber, genau, äh, müssen wir nicht heute an Ort und Stelle hier besprechen, denn ich glaube, uns auch, äh, fällt es schwer genug, hier darüber zu sprechen, dass wir heute nicht nur A gegen Rot-Weiß Essen 4-1 verloren haben, sondern B, dass wir, äh, mehr oder weniger abgestiegen sind, auch wenn Boris Schummers sagt, naja, wir können noch mal, äh, gucken, was die letzten sechs Spiele her, äh, zaubern oder bringen. Äh, das sehen wir natürlich hier ganz, ganz anders und, äh, dementsprechend verlieren wir 4-1, machen den Deckel drauf, haben jetzt, wenn ich mir die Tabelle aufrufe, ihr könnt es wahrscheinlich schon alle sehen, haben jetzt acht Punkte Rückstand, nachdem wir letzte Woche vor dem Bielefeld-Spiel noch quasi darüber sprachen, dass wir auf zwei Punkte, glaube ich, aufschließen können. Ähm, ja, sieht jetzt halt dementsprechend richtig scheiß aus. Halle hat 2-0 verloren gegen Ulm, um das Ganze, äh, nochmal abzubilden, aber ich glaube, auch Halle wird demnach nichts mehr dran ändern können. Und Micha, wir haben, pass auf, wir haben eine Statistik von 32 Spielen und wir haben in der ganzen Saison bei sieben, äh, bei 32 Spielen sieben gewonnen. Ja. Also da spricht natürlich halt einfach leider Gottes auch viel Absteigerbilanz, ne? So, ich bin ja in den letzten Wochen und Monaten immer derjenige, der gesagt hat, hat, gewesen, der gesagt hat, Stefan, lass mich mit der, äh, Tabelle in Ruhe. Ja, die Tabelle bringt fürs nächste Spiel überhaupt nichts. So, jetzt sind wir abgestiegen, in meinen Augen, so, und es wird jetzt auch nicht, und wenn jetzt irgendeiner daherkommt und sagt, äh, die Pottbolzer haben, äh, resigniert, das ist nicht korrekt so, wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit wir noch das, bla, nein, Punkt, wir sind heute runtergegangen, so, und das haben wir beide, Stefan, egal ob ich positiver, mit mehr Mut gesprochen habe als du, und du mehr realistisch, äh, und ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen, was heißt realistisch? Also es ist ja nicht unrealistisch, mutig zu sein, aber ein bisschen negativer war es als ich, egal wer von uns beiden, wir haben das hier nicht zu verantworten, Punkt. So, und wir haben auch nicht zu verantworten, in dem Moment jetzt hier darüber zu sprechen, oder wir müssen uns nicht rechtfertigen, dass wir jetzt über einen Abstieg sprechen, der mit, äh, acht Punkten Rückstand zum jetzigen Zeitpunkt, äh, feststeht. So, halten wir nochmal, ich hab's heute schon getwittert, ähm, liebe Grüße an die MSV-Twitter-Bubble, macht echt Freude mit euch, da ist kein Arschloch dabei, sehr, sehr geil. Ähm, ich hab's heute schon gesagt, wenn wir, früher haben wir gesagt, und ich hab's immer auch... Nicht, nicht, nicht ein Arschloch? Ich hab's, scheinbar hab ich die dann alle geblockt. Die MSV-Twitter-Bubble ist sehr gut. Ist da nicht ein Arschloch dabei? Möchtest du jetzt anatomisch mit mir sprechen gerade? Komm, irgendein Arsch wird dabei sein, oder? Also, pass auf, ähm, ich hab immer gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, wir werden aus so und so vielen Spielen noch so und so viel gewinnen müssen, weil wir 44 Punkte brauchen. Hab ich immer gesagt, oder? Ja. Ich hab gesagt, die Tabelle ist total egal, wir brauchen 44 Punkte. So, wenn wir diese 44 Punkte jetzt mal anlegen, das würde bedeuten, dass wir noch fünf aus den nächsten sechs Spielen gewinnen müssen. Aber, Stefan, 44 Punkte bedeutet, Bielefeld und Mannheim gewinnen nur zwei aus sechs. Bielefeld und Mannheim gewinnen nicht nur zwei aus sechs. Bielefeld und Mannheim gewinnen mal mindestens drei aus sechs. Kann man das so sagen? Ist das wahrscheinlich? Ist es wahrscheinlich, dass Bielefeld und Mannheim die Hälfte der Spiele gewinnen? Soll ich dir was sagen? Darauf eine Antwort? Sag mal. Ist mir scheißegal, weil wir eh kein einziges Spiel mehr gewinnen. Ja, alles gut. Ich will doch nur auf die Rechnung gerade ganz kurz. Ist so, oder? Nein, ja. So. Dann haben die, ne, um an die gewinnen drei. Ja. So, dann sind die nämlich bei 46 Punkten. Wir brauchen sechs aus sechs für 47 Punkte. Das Ding ist durch, Stefan. So. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich... Aber wir können aber Halle noch kriegen, wenn dann jemand die Lizenz nicht kriegt. Ja, gut. Schalke in die vierte Liga. Klar. Na, vielleicht kriegt ihr auch Essen die Lizenz nicht. Da munkelt man ja auch. Ja. Boah. Das ist so arm, dass wir darüber sprechen müssen. Das ist so arm, ey. Genau wie... Ich mach Witz an der Stelle. Nein, du nicht. Dich meine ich gar nicht. Dass dieses Thema generell kursiert. Ich meine, wir erfinden ja hier nichts im Stream. Ne? Also du erfindest nichts und ich erfinde nichts. Aber generell dieses, äh, ha, kann ich irgendjemand noch zwangsabsteigen und ha, dann bleiben wir drin, irgendwie über 38 Umwege. Ey, liebe Grüße an Lyx Medien. Lyx Medien sagt, oder Saarbrücken, habe gehört, die haben finanzielle Probleme. Ja, ja, ja. Ja, ganz ehrlich, so geil. Nach dem, nach dem Halbfinale im DFB-Pokal, ich habe gehört, Saarbrücken hat finanzielle Probleme. Haben 18 Millionen eingesammelt diese Saison im DFB-Pokal. Jo. Ne. Ich glaube, Micha, und da nehme ich jetzt kein Blatt vor den Mund, das war einer der verdientesten Abstiege ever. Aber, ich kann mich ja kaum einen Abstieg mehr erinnern, von irgendwelchen Vereinen in den letzten Jahren, ob aus der Bundesliga wie Hamburg, Berlin, Bremen, Schalke, die jahrelang immer darum gebettelt haben, dass es sie erwischt. Und jetzt hat es halt in der dritten Liga mal den MSV Duisburg erwischt. Es ist, um das mal auf den Punkt zu bringen, die historisch, und da können wir uns alle den Satz mal auf der Zunge zergehen lassen, die historisch schlechteste Saison ever in der Vereinsgeschichte. Es ist sehr, sehr traurig. Wir haben das Jahr 2024. Wir müssen da durch. Und gerade wir hier auch, mit euch zusammen da draußen übrigens, natürlich, die das jetzt hier vier Jahre lang machen. Weil in diesen vier Jahren, wenn ich jetzt eine Statistik aufstellen würde, 100 Spiele, gefühlt haben wir 70 Nieder lang hier reviewt. Und wir haben immer drauf angesprochen und wir haben immer gewarnt und hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt trifft es uns einfach und du kannst dich noch, wahrscheinlich erinnern, Micha, wir machen ja wahrscheinlich nochmal so eine Saisonzusammenfassung, sage ich jetzt mal, aber erinnere dich bitte noch ungefähr an den Oktober-November, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, AFC Uerdingen, Niederrhein-Pokal aus. Das war für mich die emotionalste Kiste in dieser Saison, wo ich schon gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr und das wird auch nichts. Dann wurde sie wieder so ein bisschen angeteast und angereichert mit irgendwelchen Bröckchen, sage ich jetzt mal, unterm Strich. Er ist wie es ist und man konnte sich darauf vorbereiten. Ich heule jetzt hier nicht, also sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich heule jetzt hier nicht. Ich war in dieser Sendung schon kurz davor. Es gibt da Leute, die sind ein bisschen näher am Wasser gebaut und ich habe auch Leute im Stadion getroffen, die ein bisschen emotionaler waren, muss ich dazu sagen. Und nochmal, ich will das hier keinem absprechen, ich stehe dazu und ich kann das komplett nachvollziehen. Es ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn du hier jeden Sonntag sitzt und immer wieder darüber sprechen musst oder ob du zu Hause zum Beispiel heute auf der Couch saßt und den Kommentar von Christian Straßburger, den ich auch getroffen habe, ein bisschen lauschen konntest. Trotzdem, Michael, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin 40 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Danke für die Glückwünsche. Ja. Das hat sich einfach so abgezeichnet. Es war so, es war mehr oder weniger vom fünften Spieltag an klar, das hat uns das irgendwann erwischt. Machen wir uns doch nichts vor. So ist es und dieses Jahr wird es uns erwischen. Noch ist es nicht passiert, aber es wird uns dieses Jahr erwischen und dementsprechend bereiten wir uns alle darauf vor. Prediction. Nächsten Freitag, Mannheim. Bin ich nicht da. Muss ich arbeiten. Ergebnistipp? Aus dem Gefühl heraus, jetzt drei Stunden nach dem Spiel? Jetzt so? Ja, sag mal. 4-0. 3-0. Mannheim. Für Mannheim? Ja. Nee, mach ich nicht. Kann ich nicht. Nein, kann man nicht gegentippen, aber... Kann 3-0 ausgehen für uns, weil jetzt alles egal ist und kann 3-0 für Mannheim oder 6-0 für Mannheim ausgehen. Ich sage da nichts zu. Ich tippe das nicht. Ich tippe den MSV, tippe ich nie. Genau wie vorm Spiel jetzt heute gegen Essen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass kein Spieler auf die gegnerischen Ergebnisse geguckt hat, als auch auf die Tabelle. Jeder wusste doch heute schon vorm Spiel, wir sind abgestiegen. Vorm Spiel? Ja. Also ich glaube, heute war nochmal so diese Do-or-Die, dieser Do-or-Die-Gedanke und ich möchte auch den Spielern und auch den Trainern und auch dem Staff nicht unrecht tun. Ich habe ein paar heute getroffen, ein paar habe ich kurz gesprochen, ein paar habe ich nur gesehen. Jeder aus diesem Team, jeder aus dem Staff und auch jeder aus dem Trainerteam ist heute extrem, extrem getroffen. Und zwar nicht, weil es ihnen egal ist, sondern weil sie eben Sportler sind und weil sie absteigen als Sportler und einige von ihnen auch. Und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich habe auch mit drei Leuten, drei Leute bin ich mir ganz sicher, die haben mehr als nur sportlichen Gedanken dabei. Ich will an dieser Stelle nur sagen, keiner hat das mit Absicht gemacht. Nein, das nicht. Keiner hat es mit Absicht gemacht und alle waren heute durch. Auf gar keinen Fall. Wir tun den Sportlern auch Unrecht, wenn wir ihnen Gleichgültigkeit unterstellen. Aber kommt halt einfach zu spät. Wo war diese Niedergeschlagenheit und wo war die Selbstkritik und wo war auch während eines Spiels die Selbstreflexion, wo war die denn in der letzten Woche? Nur mal als Beispiel. Und das ist genau das Thema, was mich hier richtig ankotzt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Bei aller Niedergeschlagenheit, bei aller Emotionalität und bei aller nicht, ich realisiere jetzt gerade hier die Situation, denn in der... Nein, Stefan, wir wollen zur Winterpause an den Strich. Ja. Sage ich dir ganz ehrlich, letzte Woche, ich war ja da, die Leute haben fast eskaliert bis schräg, schräg geheult, wo der MSV nach 2-0 Rückstand 20 Minuten gemauert hat. Und das wird mir kein Fußballprofessor mit Akademielehrgang an der TSG Hoffenheim Verbandsschule erklären können. Weder du, weder Boris Schommers, weder noch Julian Nagelsmann mit mir keiner erklären können. Amen. Wenn du, wenn du, wenn du Boris Schommers sagst, ähm, da nochmal liebe Grüße nach Essen, wenn ein Pressesprecher zweimal den Namen des Trainers, des Gegners nicht richtig aussprechen kann, das ist schon auch ein Armutszeugnis, ne? Es gab es dann nochmal den zusätzlichen Tritt ins Gesicht äh, für, für Boris Schommers, der zweimal vom Pressesprecher, äh, Herr Schommers, Herr Schommers, was sagen, äh, schönen guten Abend, Herr Schommers, was sagen Sie dazu, Herr Schommers? Ist dann schon hart. Es kommt dann nochmal dazu. So, sind wir durch? Sind wir durch, denn, äh, ja, was soll ich denn sagen? Wir sind abgestiegen und ich lache hier trotzdem rum. Das ist, äh, zum Heulen eigentlich, mehr oder weniger, aber, ich befasse mich jetzt gleich mit dem schönsten Hobby neben dem MSV und, äh, bin jetzt gleich wieder weg. Deswegen, schon mal, die erste Information, liebe Leute, den Podcast gibt es erst morgen Mittag zu hören, wenn ich wieder wach bin, wenn ich wieder aus dem Bett heraus bin, denn ich habe morgen Tag Urlaub. Ich schlage mir jetzt gleich die Nacht um die Ohren, denn ich habe richtig Bock. Ich bin gleich weg. diejenigen, die mich die letzten Tage verfolgt haben hier auf YouTube, die wissen, äh, genau, worüber ich spreche und, um das Thema jetzt seriös hier zu beenden, Micha, Ja? dir vielen, vielen Dank auch für dieses Statement heute Abend. Ist uns auf der anderen Seite nicht leicht gefallen. Ich glaube, wir sind alt genug und, äh, wir konnten uns so ein bisschen darauf einschwören, dass, ähm, dass es uns irgendwie wahrscheinlich jetzt treffen wird. Es war, äh, abzusehen und, ähm, ich kann da nur zu sagen, bei aller Rivalität hier auch diesen Kanal auch unter anderem, was auch vollkommen in Ordnung ist, dass, ähm, Essen hier mehr als souverän und souverän verdient gewonnen hat. Äh, beide Spiele, auch summa summarum und, äh, dass der MSV in der Saison absteigen wird. Es ist schade, es ist traurig um diesen Verein. Ich war letzte Woche in Bielefeld, äh, grandiose Stimmung. Heute waren auch wieder ein großer Support. Ich glaube, mir wurde gesagt, wenn das Stadion heute 40, 50.000 Zuschauer gefasst hätte, dann wäre es auch ausverkauft gewesen. Der MSV heute die Zuschauer mitgebracht. Genauso wie es auch andersherum ist. Das haben wir in den letzten zwei Jahren auch gemerkt. Also bitte nicht falsch verstehen, liebe Freunde. Wir werden sehen, wo der Weg uns hinführt. Äh, ich möchte mich gerne überzeugen lassen. Äh, bin eher im Moment so ein bisschen, naja, eingestellt und, ähm, ja, bedanke mich bei allen Leuten, die heute Abend fair dabei gewesen sind. Und, ja, Stone Cold Steve Austin kommt zurück. Ich freue mich drauf. Hahaha. Ja, ihr kennt uns, ihr wisst, dass es immer weiter geht. Ich freue mich darauf. Und, äh, Micha, dir vielen, vielen Dank. und für diejenigen, die den Regionalliga West verfolgen, Podcast verfolgen, wir sind morgen Abend wieder mit dem Sven und mit mir hier ab 20.15 Uhr am Start. Danach der Drittliga-Podcast. Könnt gerne alle RWE-Fans, MSV-Fans, als auch schon die zukünftigen, ähm, alle Mannen hier drauf verfolgen. Und dann freue ich mich, wenn ihr ein paar Likes da lasst, wenn ihr uns supportet, wenn ihr im Nachgang dieses Video supportet und gerne mal reinschreibt, wie ihr die Situation rund um den MSV Duisburg wahrnehmt, rund um, äh, Rot-Weiß-Essen, als auch dieses Spiel bewertet. Dir, Michael, vielen, vielen Dank. Nochmal an dieser Stelle. Ist nicht leicht, aber, ich kann schon mal sagen, für all diejenigen, die zum Beispiel rund um dieses Wochenende gutes Wetter mitgenommen haben, es geht immer weiter. Es gibt viele, viele wichtigere Dinge im Leben als den Fußball. So ist es zumindest bei mir. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich und lasst euch den Spaß nicht vermiesen. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Nur der MSV. Ciao. Ja, Ruhrpott45 konnte es sich nicht nehmen lassen, noch ein letztes Absteiger hinterher zu schreien. Tut mir gefallen, gebt mir noch ein bisschen mehr davon, denn ihr habt es, ihr habt es euch heute verdient. Schickt noch ein paar Absteigergrüße in den Chat. Brauche ich nicht, will ich jetzt aber, weil wir es heute verdient haben. Liebe Essener, herzlichen Glückwunsch zu einem sehr, sehr verdienten Sieg. Liebe Duisburger, herzlichen Glückwunsch zum besten Verein der Welt. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.